So und damit willkommen zurück zu Ampfilm. Ich bin euer Führerbo. Oh, da hat er aber ganz schön wenig Leben. Ach, hier war ich auch schon. Ein Pascal hier aus der Gegend haben Prinzessin Sims Waffen gestohlen. Wenn wir sie zurückholen, könnten wir damit das Eis brechen. Die werden sich allerdings wehren. Keine Türme? Das ist ein Wunder, dass die Skar überhaupt wissen, was sie mit Waffen anfangen sollen. Hier sind doch nicht weiter als Insekten. Nervt mich dann. Lass ich bedauern? Lol. Alles klar. Ja, das ist noch so ein Problem bei mir. Ich stimme zu gerne zuvor an, aber der hat halt gefüttert am wenigsten Leben. Der Javelin. Ach, unsere anderen Leute kommen auch mal rein. So, na, höchst du hochgeholt? Da haben wir wohl in ein Wespen-Nest gestochen. Ja, ich werde hochgeholt, endlich. Da haben wir wohl in ein Wespen-Nest gestochen. Jetzt zieh dich nach einem Waffen-Lager um. Zieh dich nach einem Waffen-Lager um. Nichts so gut. Oh, da. Aua, das passt mir auch relativ auf. Das hier. Ah, wir müssen gar nicht da rein. Ich bin das letzte Mal nicht da reingegangen und hab dann halt gekämpft. Gelegte. Die Ska haben Sims fröhlicher Schmugglerbande einige gestochen. Wobei die sie vermutlich zuerst gestochen haben, aber wir sammeln Sympathie-Punkte bei Sim, wenn wir sie zurückholen. Nachdem du die wandelnden Insekten entlegst hast. Zack. Schluss. Wir werden jetzt noch die coole Rutsche nehmen können, aber... Oh. Du suchst nach einem Ossix. Äh, warum? Prinzessin Sim schmeißt gerne Partys. Im Kletcher Ossix ist offenbar ihre Leibspeise. Mit Zornfax. Mit Zornfax. ja nochmal die seltenste bekommen Tierröhre auch wenn die Coole Röhren sind infekte doch nochmal ui mein Neufer nähert sich ins versteckt also bevor dieses Wiedersehen steigt glaubst du wirklich, dass Halepin Faye helfen werden? hier sind alle Profis ja, ich hab schon fiese Prügelein zwischen Profis gesehen was passiert nicht steht zu viel auf dem Spiel hoffen wir es wenn das Dominion den Kino Taf nutzt, ist böses Blut unsere Glanzgesorge ja, ist immer schön wenn es regnet dann kannst du länger fliegen vor allem sowas kannst du mal was drin machen ok, ich konnte mich hineinschleichen wie? hab mich in einem Klauninchenkäfig versteckt warum ich jetzt nicht abgekühlt werde mehr die Regulatoren dich erfischen na, kein Problem das hier ist eine riesige Party wir sehen uns drin stellen wir uns voll hallo es regnet ah ok, jetzt hat er sich wieder gekühlt ach, die dürfen jetzt rein, ok oh Ich darf rein, ja. Bei mir fehlt einer von uns. Ladezeit. 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 Sind in dem Spiel so lang? Und dann probieren wir... Wie war die Reise? Oh, die Reise? Einfach fabelhaft. Es gibt nichts Besseres, als per Anhalter mit einem Schmugglerläufer zu reisen. Luxus pur. Erblicke die Wunder des Palastes. Reiset Prinzessin Sim. Möge sie ewig herrschen. Die wissen schon, dass sie keine echte Prinzessin ist, oder? Sie ist nur eine verrückte Schmugglerin mit Größenwahn. Hast du den Ort schon ausgespäht? Was? Dachtest du, ich bin da alleine rein? Spinnst du? Nein, ich habe die ganze Zeit hier auf dich gewartet. Außerdem suchen wir deine Freunde. Suchen wir Halle und Faye. Ah, na dann los. Hey, sind Sie das da drüben? Mit euch macht man gern Geschäfte, Prinzessin. Unser Geschäft ist noch nicht besiegelt. Nein? Ich dachte, wir hätten einen... Deal. Wer ist das, Halleck? Niemand. Eine alte Freundin. Bitte. Deine alte Freundin möchte uns sicher Gesellschaft leisten. Tut mir leid. Wir müssen jetzt gehen. Nein. Zuerst feiern wir unsere neue Partnerschaft in der Tradition meines Volkes. Komm, näher, Freundin von Halleck. Skorbedon-Stachel, säurehaltig. Das wird in der Kehle brennen. Sehr. Ähm, ich bin noch satt vom Frühstück. Abzulehnen würde eure Gastgeberin sehr verärgern. Ja. Oh, Mann. Vergebt meine Ignoranz, Prinzessin. Ich wusste nicht, dass dies essbar ist. Meine Heimat ist rau und unerbittlich. Es gibt wenige Pflanzen, sogar noch weniger Tiere. Vor der Herrschaft des Dominion gab es das Sprichwort. Essen ist Leben. Leben ist Kampf. Das ergab Sinn. Wir haben es verinnerlicht. Und wurden so stärker. Danke für das Mal, Prinzessin. Das war nur die Vorspeise. Der Hauptgang. Oh. Oh. Ich präsentiere der Pheromonsarg eines jungen Mantikars. Für ein ganzes Jahr in fermentiertem Chimärendift eingelegt. Diese seltene Delikatesse wird nur bei besonderen Anlässen serviert. Nach euch, Prinzessin. Es wäre wirklich unhöflich von mir vor, meinen hungrigen Gästen zu essen. Ich liebe Mantika. Der Deal? Bedank dich bei deiner Freundin, Hallock. Oh, du bist etwas grün im Gesicht. Muss mich nur mal einen Moment setzen. Was willst du? Was er eigentlich sagen wollte, ist Danke. Ich hab nen Auftrag. Nen Auftrag? Wir brauchen deine Almosen nicht. Großartig. Faye, Hallock, das ist Ohn. Krypto. Und Lenzer in der Mache. Corvus schickt mich. Corvus? Bist jetzt so ne Art hohes Tier. Du hast echt Nerven nach all der Zeit. Sei nicht so dramatisch. Setz dich. Ich steh lieber. Gehen wir zum Läufer. Ich erklär's euch. Wir machen unser eigenes Ding. Danke, aber nein. Moment. Hier stimmt irgendwas nicht. Dominion-Truppen! Weg hier! Schnell! Dein Freund ist bei uns sicher. Sorg dich nicht um mich. Wir sehen uns dort. Erstmal, warum essen wir sowas? Und zweitens, warum ist der Typ so fett geworden? Holy shit, hat er sich gehen lassen. Oh. Oh. Zack, zack, zack. Wo läuft er hin? Wir springen zu unserem Läufer. Bein hin oder her. Halt uns die Typen vom Leib. Wird gemacht. Ich hab einen Chameleon gefunden. Und was machst du da? Ich halte euch die Typen vom Leib. Du hast keine Friederausbildung. Du bringst dich nach Hause. Nicht, wenn ich sie zuerst erschieße. Ja, greifst du den Mund wohl schon mal an, aber... Wäre ganz cool eigentlich. So. Leute, es sind zu viele. Ich glaube, der Anzug überhinst. Sie nehmen den Läufer als Visier. Aua, warum nur wir? Warum nicht die Sentinel-Truppen da? Aua. Das war das auch nicht abbefallen. Das ist auch so nervig. Aber gegen Fall, dass du runterfallen musst. Das ist genauso nervig. Und ich bin hier. Warum kann ich mich nicht bewegen? Du bist in Panik geraten. Dein Javelin reagiert nicht mehr. Und was mache ich jetzt? Zieh den Kopf ein. Die Waffe funktioniert nicht. Das ist übel. Mach sie fertig. Die dürfen nicht auf den Läufer schießen. Bin dabei. Ja. 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 POW. Zack Malle Ja, Malle, sehr schön Item für mich nicht vorhanden Auen Naja, vielleicht nicht Ich kann nicht Keine Sorge, du bist sicher Das Dominion leckt sich erstmal die Wunden Hohoho, gut Ich mein, den haben wir es gegeben Jetzt hätte ich aber nichts dagegen, wenn ich Innenläufer wäre Hier passiert aber noch was Wow So, haben wir es geschafft Ja, die Runden Die Saufträge fühlen sich irgendwie nicht ganz rund an, muss man sagen Bam, bam Soldat wieder Komplikere Erfahrungspunkte vielleicht Schade, nicht ganz Aber gut Was soll's So Ah, hier haben wir es nice Stormkomponenten, ne Der hat den Rüstungswert um 25% des Grundwertes Das klingt schon mal gut Wow Was für ein Kick Ich finde, dem Dominion haben wir es richtig gezeigt, oder? Und ich war ja wohl ohne Zweifel ziemlich fantastisch Ist das dein Ernst? Das war eine Katastrophe Du warst eine Katastrophe Mach das nie wieder, bitte Ja, alles klar Ich geh dann wohl mal zum Versterben Hier drüben Sieht aus wie früher Ihr hättet hier wenigstens mal streichen können Der Rüst hat einen gewissen Charme Reden wir jetzt noch über das Wetter, oder ist unsere Smalltalkquote bereits erfüllt? Zu viel Smalltalk hat noch keinem geschadet Hast du ein gutes Buch gelesen? Tausende, weißt du? Wir haben uns lange nicht gesehen Schön, dich wiederzusehen Wirklich? Du bist nicht nur hier, weil du etwas brauchst? Ist auch egal Du bist zurück Ich empfange noch rechtlich Dominion Funkverkehr, aber wir verlieren unsere Verfolger aus den Autos Oder? Sorry, warum haben wir angehalten? Ach, ei, 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 verdammter Mist Herr Luck, hast du den Aktuator immer noch nicht ersetzt? Der läuft noch Und sei still Ich hab's im Griff Ja, auf einen guten Start Wo ist mein Steckschlüssel? Liegt noch in der Kiste, wie immer Hätt nie gedacht, dich hier zu sehen Das Leben ist voller Überraschungen Den Steuerbordantrieb abschalten, bevor er überhitzt Ach komm schon, das ist doch der halbe Spaß Können wir uns bitte beeilen? Sie sind jeden Moment da Zange Und was machst du hier? Ich repariere mit dir diesen Schrott-Aktuator Mal wieder Zuverlässiger als andere Also, was ist das für ein Auftrag? Sondern wir vielleicht später plaudern Das Dominion kann jeden Augenblick auftauchen Oh, und bitte, das ist wichtig Also, das hilft nicht Schraubenzieher Welchen? Red mit mir Drei Achtel, welchen sonst? Ich geh zurück zum Herz des Zorns Wirklich? Das Dominion will den Kinotarf Corvus will, dass ich ihn zuerst finde Deshalb sind bei Sim Dominion-Truppen aufgetaucht Faye, Feuer frei Faye und ich haben zwei Jahre dafür recherchiert und geschuftet Und du willst was? Nichts Zonen und Laubären kassieren? Palik, die Zeit drängt Wir haben eine Spur, die sofort einen Lenzer erfordert Sollten wir nicht zusammenarbeiten? Nein! Ich krieg das hin Du hast das Dominion im Nacken und denkst nicht, dass du Hilfe brauchst? Wir könnten jemand anderes finden Ha, nur zu Kumpel Nicht rechtzeitig, nein Ihr braucht mich Und ich brauche euch für diesen Auftrag Ein Auftrag Ich glaub die Server sind hier abgeschmiert Wenn ja, fick dich ihr Oh, cool Deine Verbindung zu EA Server Es ist doch einfach nur lächerlich Die kriegen einfach ihre perfekten Server nicht hin Und äh Heißt ich glaub die ganze müssen wir jetzt nochmal neu spielen Oder was? Dass du jetzt die Scheiß-Zwischensequenz dafür zu Ende gucken kannst Und jetzt Ladebildschirmsimulator wieder mal, ne? Danke, yay Was ist denn dann die Mente, wo ich mir den Kürzen bekomme? Ich hab das Spiel nicht gekauft Ja Wird wohl heute nix mehr leider Schön, danke Jetzt hab ich die halbe Story verpasst gefühlt Unglaublich Das dein Ernst? Das war ne Katastrophe Du warst ne Katastrophe Mach das nie wieder Bitte Ja, alles klar Ich geh dann wohl mal zum Versterben Hier drüben Sieht aus wie früher Ihr hättet hier wenigstens mal streichen können Der Rost hat einen gewissen Charme Reden wir jetzt noch über das Wetter oder ist unsere Smalltalkquote bereits erfüllt? Zu viel Smalltalk hat noch keinem geschadet Hast du ein gutes Buch gelesen? Tausende, weißt du? Wir haben uns lange nicht gesehen Schön dich wiederzusehen Wirklich? Du bist nicht? Du bist nicht nur hier, weil du etwas brauchst Ist auch egal Du bist zurück Ich empfange doch rechtlich Dominion Funkverkehr Aber wir verlieren unsere Verfolge aus den Augen Oder? Sorry, warum haben wir angehalten? Eieieiei Verdammter Mist Herrlock Hast du den Aktuator immer noch nicht ersetzt? Der läuft noch Und sei still Ich hab's im Griff Ja, auf einen guten Start Wo ist mein Steckschlüssel? Liegt noch in der Kiste, wie immer Hätt nie gedacht dich hier zu sehen Das Leben ist voller Überraschungen Den Steuerbordantrieb abschalten, bevor er überhitzt Ach komm schon Das ist doch der halbe Spaß Können wir uns bitte beeilen? Sie sind jeden Moment da Zange Und was machst du hier? Ich repariere mit dir diesen Schrottaktuator Mal wieder Zuverlässiger als andere Also, was ist das für ein Auftrag? Können wir vielleicht später plaudern? Das Dominion kann jeden Augenblick auftauchen Oh, und bitte, das ist wichtig Also, das hilft nicht Schraubens hier Welchen? Red mit mir Drei Achtel Welchen sonst? Ich geh zurück zum Herz des Zorns Wirklich? Das Dominion will den Kinotarf Corvus will, dass ich ihn zuerst finde Deshalb sind bei Sim Dominion Truppen aufgetaucht Faye Feuer frei Faye und ich haben zwei Jahre dafür recherchiert und geschuftet Und du willst was? Nichts Zohn und Laubären kassieren? Der Dominion Pellick Die Zeit drängt Wir haben eine Spur, die sofort einen Lancer erfordert Sollten wir nicht zusammenarbeiten? Nein! Ich krieg das hin Du hast das Dominion im Nacken und denkst nicht, dass du Hilfe brauchst? Wir könnten jemand anderes finden Ha, nur zu Kumpel Nicht rechtzeitig, nein Ihr braucht mich Und ich brauche euch für diesen Auftrag Ein Auftrag Ein Auftrag Nur einer Ich muss einen Läufer steuern Ihr habt eine Spur? Womöglich Einen Augenblick Wie erwartet Halt mal kurz Infos zum Kinotarf oder zum Herz des Zorns? Sim weiß etwas Freunde sind hilfreich Tolle Freunde Hast du von der Legion der Dämmerung gehört, General Tarsis? Was? General Tarsis? Ja, sie ist im letzten Herz des Zorns bis zum Zentrum vorgedrungen Zum Kinotarf Nur wie? Ich hab nachgeforscht Ihr Javelin konnte das Unmögliche tun Er hatte einzigartige Schilde und mehr Du hast ihre Panzerung gefunden? Den echten Javelin der Dämmerung? Ja, endlich, wir müssen ihn nur noch holen Interesse? Also ich kann's kaum erwarten Gib mir einfach alle Infos, die ihre Hoheit hatte, dann kann die Expedition starten Nicht nötig, ich bin die Unterstützung, ich hab schon alles Nötige recherchiert Ja Natürlich Danke ey, dass ich mal nicht neu spielen musste Dass ich mir die Zwischenzeit genau angucken durfte Uuuuh Geilo Oh, können wir mit der Ollen reden? Okay, gut Darf ich sagen, wir sehen uns jetzt in der nächsten Folge wieder Ach du Scheiße, sind hier viele Gespräche Eins, zwei, drei What the fuck Alles klar Gut, wir sehen uns nächstes Mal wieder Haut da rein Ciao, ciao 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 D